Ein neues Leben werde ich heute wohl nicht mehr anfangen, denke ich. Doch wenn ich so weiterlebe wie bisher, naja, dann wird sich meinem Leben auch nicht viel verändern. Und dann erinnere ich mich plötzlich, was ich einmal in einem schlauen Buch gelesen habe. Darin stand, jeder Tag ist ein Versprechen, dass alles möglich ist. Denn jeder gelebte Tag kann wie ein Wunder sein. Und das Schöne daran ist, dass der eine Tag, der alles im Leben verändern kann, jeden Morgen neu beginnt. Heute ist dieser Tag. Nutzen wir ihn!